hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge ls 19 mit goldhofer dem anhänger der auch paletten transportiert so genau helfer heini 1 sät helfer heini 2 sät wir gehen felder abernten was ist das okay total knaller geräusche als ob ich eine lkw stehen geblieben wäre okay hier packt irgendwas rum da möchte ich nicht treten näher drauf eingehen dahinten steht ein drescher zu dem müssen wir jetzt als erstes und ich idiot hätte ja auch was anderes machen können ja nimmst du mich mit arschloch ich bin genauso schön wie das auto ich bin schneller als das auto ich grüß dich ja gut das wetter verschieben auf dem anderen mal denn hier alles aber das wirst noch ein zweites objekt bezeichnet erwartet das schnapp an aus an aus an aus an aus hallo hä hä okay ach jetzt lass mich doch mal toll ich dachte hier kann man irgendwie reingehen wieso ist hier das licht aus da ist licht an da ist licht an da ist es an da ist es an da ist es aus da ist es aus da ist es ja na muss keiner verstehen es ist so dunkel aber dies geht er auf oder unter egal wir werden es nie erfahren aber das hier ist eine schweinerei ernsthaft noch geld verlangen für so eine drecksarbeit also hier wir müssen ein ernstes würdchen reden seit ihr tot nee bist du tot ey ach man sieht es sogar leicht atmen läuft fauler sack hatte ich dich noch der ist gut versteckt okay komm mit nehmen wir dich ähm streicheln he he warte mal warte mal du nee nee hier komm wir reiten jetzt eine Runde wir reiten mal eine Runde aus ich muss da nämlich mal was testen das hat da nämlich jemand im Multiplayer rausgefunden das machen wir auf jeden Fall nochmal wenn es Tag ist und wir alles sehen das sah recht interessant gerade aus ja ja es soll langsamer Tag werden hier kann die Pferde eigentlich auch kacken das würde mich jetzt auch mal interessieren für was Lohnzahlung für was für so eine schlampige Arbeit da hinten nö runter so wie gesagt wir testen dann später nochmal was ja zocker wie weit ist er kommt genau du sehr schön und hui ist der fertig der ist ja wirklich fertig cool äh was ist das äh okay du machst dein Geld wert definitiv die ist noch ausgefahren das ist nicht gut zu klappen hat man 40% Saft drin gut und ja ich weiß das macht man nicht so jetzt können wir uns den Anhänger holen fahren stopp mal was wird der durch was wird der bitteschön blockiert hey Arschloch ach willst du dass ich wegfahre ja erst scheiße arbeiten und dann hier noch Anforderungen stellen also ich glaube nur schackt's naja da redet man auch ein Notchen drüber äh wir wollten den Anhänger holen Geronimo mit Alarmkrücke vielleicht holen wir uns aber auch noch einen zweiten Traktor wobei nee dann hätte ich den Anhänger mit ach nee man wir bleiben erst mal bei zwei Traktoren ach ja tempomatisch schon was feines so dann holen wir jetzt den Anhänger dann gucken wir mal ob die erste Reihe Zuckerrohr schon wie kann der fertig sein das geht doch gar nicht der hat doch oben was vergessen ich bin mal gespannt was der mich kostet ja bestimmt der noch 5.6.000 haben oder so die haben noch wieder und hier die haben wir noch ah der hat so eine bekloppte Achse also mit dem Anhänger werden sie niemals rückwärts fahren merkt euch das es ist 4.20 Uhr warum ist immer noch fucking Nacht meine Güte hier tempomat aktivieren keine Lust die ganze Zeit weh zu drücken ja genau apropos hier fällt scheint noch nix gewachsen zu sein schade aber wir müssen jetzt sowieso mal was testen ähm genau ich hoffe das kann man ankoppeln weil wenn nicht wäre das der größte Fail ever so so jetzt meine Rückwärtsfahrkünste oh lol das geht tatsächlich cool Das geht ja tatsächlich. So. Abkommen. So. Wo? Da hinten. Also ich lasse das nicht so auf mich stehen, dass dort noch was frei ist. Das fällt mal ganz schnell aus. Habe mir das hier eigentlich noch als Feld angezeigt? Nö. Cool. Reine Wiesen. Äh, ja, genau. Und der hat sich einfach verbisst, der Idiot. Na, warte. Jetzt darf ich doch ernsthaft versuchen, so einen Scheißstreifen zu fahren. Ich, der nicht mal gerade rückwärts fahren kann. Ja, und da fängt es doch schon an. Ich muss doch erst einmal mich gerade hinstellen. Bin ich mittig? Scheint so. Äh. Bababababababababababababababababababababababababababababababab. Anschalten. Ah. Senken. Tempomat. das wird nie und nimmer gerade never oder ab und an mal ein bisschen einlenken doch ja 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 gut kann ich so akzeptieren so die müssen wir demnächst aber auch mal wieder aufladen so und jetzt sauber machen also schneller so sauber so sauber so sauber hö 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 ja und iiii bist du dreckig das hat ein ganz schön dreckiges woher hier einfach mal nur der traktor sauber wird aber die gabel und alles dreckig bleibt geil jup ist das jetzt schon sauber sieht mir noch nie so aus doch scheint sauber zu sein ähm wo fahr ich dich hin la da da wir stellen dich mal hier hin so und als was wollte ich jetzt als nächstes machen die abmoderation genau da war ja was ähm ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da schreibt mir in die Kommentare was ich anders machen soll was ich besser machen soll und 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 ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video und wie es dahin bleibt entspannt genießt den Tag und Bye Bye Bye